Das war's dann für die Kontrolle 25.73 bis 1.00 Uhr weiter. Also, unsere Damen und Herren, gehen wir mal zum nächsten Mal wieder aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist der kaputt? Ist der ein richtiger Drag-Auto, der ist bestimmt nicht fast zugelassen. Was erzählt er denn? Du bist die wieder fahren, also R8 und Ivo und so. Warum denn? Das sind 40 Minuten, bis alle wieder durch sind, alle Klasse. Weißt du? Man müsste mal mit dem Nissan hier irgendwie rauf. Das sieht so geil aus mit einem Stecker. Eines Tages kommen, wenn alle weg sind und einfach mal fragen, ob wir hier mal rauf können mit Fotos. Zum Grund, die sind Band, die Dingsband, ey, sage ich. 300C. Und dann weiß, direkt. Weiß oder rosa, schwarz. Was? Das ist grau, gibst du mal. Also matt, grau, silber oder keine Ahnung. War schwarz. Aber schwarz kommen die Riemen nicht gut. Genau. Oder grau, so metallisch grau, Alter, wie der Nissan. Typisch deutsche Autos, so Trabi, Opel, Porsche. Wo sind die polnischen Autos, Alter? Türksch, hier gibt's auch keine. Wo sind die, Alter? Türksch, hier gibt's auch einen Untertitelung. BR 2018